Ja, es ist 9 Uhr in Berlin und in Zürich und auch in anderen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich begrüße alle herzlich zur FOSGIS-Konferenz 2021, die dieses Jahr digital stattfindet und gleichzeitig auch in Rapperswil, wo sie eigentlich hätte vor Ort stattfinden sollen, was aus bekannten Gründen nicht geht. Wir haben aber auch ein großes Team vor Ort in Rapperswil und werden daraus auch einige Vorträge von dort hören. Ich möchte damit beginnen, den Leuten zu danken, die die Konferenz ermöglicht haben. Das sind zum einen natürlich die zahlreichen Sponsoren, die wir haben, die ich jetzt mal hier auf die Präsentation schalte und hoffe, möglichst gerecht durchzublättern, sodass sich da keiner benachteiligt fühlt und alle ordentlich wahrzunehmen sind. Und neben den ganzen Sponsoren, die wir haben, gibt es noch sehr, sehr viele freiwillige Helfer, die im Vorfeld wahnsinnig viel gearbeitet und organisiert haben und die auch jetzt während der Konferenz natürlich sehr aktiv sind und dafür sorgen, dass die Redner rechtzeitig auf die Bühnen geschaltet werden, die dafür sorgen, dass das Venules, wo wir alle drin sind und gerade zuhören, funktioniert und läuft, die im Hintergrund rödeln. Vieles kriegt man wahrscheinlich gar nicht mit, was so alles noch gemacht werden muss im Hintergrund. Bei der Gelegenheit vielleicht nochmal kurz einen Blick auf das Venules, was Sie alle vor sich haben. In der Mitte ist ja die Präsentation zu sehen mit den Sponsoren. Jetzt bin ich bei den Bonzo-Sponsoren angekommen. Wir haben rechts, das sehe ich so im Augenwinkel, einen kleinen Chat. Da können Sie als Zuhörer miteinander reden, miteinander chatten, ohne die Vortragenden zu hören und sich austauschen. Da gibt es einen zweiten Tab mit Fragen. Wenn wir zu Vortragsblöcken kommen, an denen Fragen erlaubt sind, das ist jetzt bei der Eröffnung noch nicht so, dann können Sie da die Fragen stellen. Das werden die Moderatoren beobachten und weiter dann am Ende der Vorträge den Moderatoren die Fragen stellen. Wenn Sie einen Blick nach unten wenden, auch das passiert gerade schon, gibt es da so eine kleine Reaktionsleiste. Und da können wir ja gerade mal alle ausprobieren, den Sponsoren und den vielen Helfern, die ich gerade schon nicht namentlich, aber anonym erwähnt habe, einem kräftigen Applaus und ein paar Herzchen zu spenden. Ich hoffe, dass das da gleich ordentlich aufflackert. Auf der linken Seite in dem Venules sollten Sie eine graue Leiste haben mit den verschiedenen Bühnen. Da können Sie einfach reinklicken. Und wichtig vielleicht noch, dass unten bei den Kanälen die Räume auftauchen, für die Sie noch angemeldet sind. Also wenn Sie zu einem Workshop angemeldet sind und da Ihr Workshop-Raum nicht auftaucht, dann sollten Sie sich darum kümmern, dass er da auftaucht. Und das am besten über den Infodesk. Da komme ich dann gleich nochmal zu, was außerhalb von dem Venules stattfindet. Jetzt nochmal kurz das Intermezzo zum Foskes-Verein, der ja diese Konferenz veranstaltet und organisiert seit vielen Jahren schon. Wir haben jetzt, Stand gestern, 252 Mitglieder, wenn meine SQL-Kenntnisse da mich nicht verlassen haben und ich das richtig aus der Datenbank rausgeholt habe. Wir haben zu diesem Jahr die Beins-Beiträge erhöht, aber das sind immer noch die aktuellen, die jetzt hier draufstehen. Also wer noch nicht Mitglied ist, ist natürlich herzlich eingeladen, auch beim Verein Mitglied zu werden, um unsere Arbeit zu unterstützen. Auch dazu gibt es dann noch weitere Informationen im Ausstellungsbereich. Letztes Jahr hatten wir unser 20-jähriges Bestehen, konnten das leider nicht feiern, haben das aber nach wie vor auf dem Schirm und werden das noch in irgendeiner Form und irgendwann sicherlich nachholen. Der Foskes-Verein ist das Local Chapter der OSGEO, der Internationalen Foundation für Open-Source-Geo-Software-Daten und der Open-Street-Map-Foundation. Und die Konferenz steht hier unten noch, richten wir seit dem Jahr 2003 aus als Verein. Dann noch ein paar Neuigkeiten, für die, die nicht ganz so dicht am Verein dran sind. Wir haben seit letztem Jahr September eine Koordinierungsstelle mit einem Büro in Berlin und auch einer Angestellten, das ist die Katja Haferkorn, die jetzt die Vereinsbelange dort koordiniert, Ansprechpartner für alle ist, die Fragen an den Verein haben. Das beschränkt sich auch nicht nur auf die Mitglieder, aber natürlich ist hier auch für die Mitgliederbetreuung zuständig, die Koordinierungsstelle in Berlin. Das heißt, wenn man jetzt die Telefonnummer wählt, die auf der Webseite steht, dann geht seit letztem September auch wirklich jemand ran und man hat nicht mehr nur den altbekannten Anrufbeantworter an der Strippe. Wir haben relativ frisch im Technikbereich ein bisschen was gemacht. Das geht natürlich auch alles weiter, aber das neueste Kind sozusagen ist unser Kalender. Wir haben auf der Webseite den Abschnitt Vereinstermine. Da sind auch dann unten ein paar Termine aufgeführt, die als nächstes anstehen. Wir sehen da unten OSM Sonntag, das war gestern, jetzt die OSM, äh die Foskes Konferenz seit zehn Minuten. Nächster Termin, der hier veröffentlicht ist, ist das Vorstandstreffen am 24.06. Das ist um 19.30 Uhr, das muss vielleicht nochmal korrigiert werden. Vorstandstreffen sind auch öffentlich, den Link können Sie finden, wenn Sie sich da durchklicken, wer daran interessiert ist, einfach mal reinzuhören. Und das Neue ist eben, dass wir diese Subscription Links für die Kalender haben, sodass man das auch bei sich einbinden kann, um da keine Termine zu verpassen. Gut, jetzt während der Konferenz und auch nach der Konferenz und vor der Konferenz kommunizieren wir auch über Twitter. Da muss man sich dann nicht bei irgendwelchen Mailinglisten anmelden und kann einfach diesen beiden Hashtags folgen. Ich denke, man kriegt jetzt während der Konferenz auch alles hier im Venue-Less mit, Aber wer bei Twitter einen Account hat, kann ja diesen beiden Hashtags nochmal folgen. Foskes-Kompf und Foskes-Verein, um da noch die aktuellsten und neuesten Informationen mitzubekommen. Genau, der Foskes-Vereins-Account, den habe ich hier deswegen nochmal erwähnt, weil der alte Account uns Anfang letzten Jahres um die Konferenz in Freiburg herum von Twitter gesperrt wurde. Und wir, die erfahren haben, warum das so war. Und jetzt gibt es eben einen neuen Twitter-Account für den Foskes-Verein. Also wer sich wundert, dass da lange nichts mehr kam, liegt daran, dass der alte Account gesperrt ist. Okay, wenn Sie noch ein bisschen Organisatorisches zur Konferenz, auch auf der linken Seite in dem grauen Bereich im Venue-Less gibt es oben das Willkommen, den Zeitplan und die Netzwerkwelt. Wenn man auf den Netzwerkwelt-Link klickt, kommt man auf ein Gelände, das so aussieht, ein zweidimensionales, das zweidimensionale Campus von Rapperswil, der hier nachgebaut ist, mit verschiedenen Gebäuden. Ein wichtiges und jetzt schon besetztes Gebäude ist auf jeden Fall, dass das in der Mitte, das große Braune, wo man reingehen kann, wo die ganzen Sponsoren Ausstellerstände haben, die man da ansprechen kann, wenn man Fragen hat, wo es ein Infodesk für die Konferenz gibt, wo man jederzeit virtuell mit seinem Avatar hingehen kann, wenn man Fragen zur Konferenz hat und Probleme hat oder zum Verein oder Sonstiges drumherum. Der Foskis hat noch einen eigenen Stand, OpenStreetMap hat einen eigenen Stand. Da kann man, wie gesagt, hin, vorzugsweise in den Pausen und während der Vorträge sollte man, kann man natürlich den Vorträgen lauschen, aber die Netzwerkwelt ist quasi jederzeit offen. Man kann da jederzeit hinwechseln und sich da ein wenig umtun. Wir wollen auch noch ein Gruppenfoto auf der Netzwerkwelt machen. Dafür gibt es eine Fotowiese unter dem Hauptraum, unter dem Foyer sozusagen. Da treffen wir uns alle morgen um 15.30 Uhr mit Avataren und dann gibt es einen Screenshot von allen. Anders wird das diesmal nicht gehen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und wie das dann aussieht. Das wird bestimmt lustig. Also vielleicht noch kurz zur Netzwerkwelt. Genau, wenn man da rumrennt und jemandem in die Nähe kommt, dann öffnet sich ein Videochat. Nicht erschrecken und darauf vorbereitet sein, dass man auch da angesprochen wird und nicht völlig anonym unterwegs ist. Und es gibt auch Bereiche eben der Infodesk, die Brunnen in der Mitte und die Besprechungs-Stände der Sponsoren, wo man mit mehreren Leuten gemeinsam reden kann im Videochat. So sieht dieser Innenraum aus. Hier nochmal ein Screenshot von der Generalprobe. Und die Helfer, die dort rumlaufen, die sich ein bisschen besser mit der Technik auskennen, sind daran zu erkennen, dass deren Avatar einen roten Hut auf hat, damit sie auch wissen, wen sie ansprechen können, wenn irgendwie Fragen zur Konferenz, Organisation oder so vorhanden sind. Dann bin ich auch schon fast am Ende mit der Eröffnung. Wurde ich gebeten, noch einmal auf das wahnsinnig tolle Jeopardy heute Abend hinzuweisen und auch morgen Nachmittag. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, das wird echt toll, auch in der Online-Version. Der Johannes Kröger, der das mitorganisiert und veranstaltet, hat hier nochmal eine Folie mir gegeben mit all den ganzen Preisen, die man da gewinnen kann. Es sind noch auf jeden Fall Plätze frei, auch für die Kandidaten, die daran teilnehmen wollen an dem Spielchen und einen der Preise gewinnen möchten. Vielleicht postet jetzt Johannes nochmal parallel im Chat den Link zu weiteren Informationen dazu. Und ich möchte auch im Namen des Vorstands des Vereins darum bitten, dass herzlich viele Leute sich da noch anmelden, weil uns als Vorstand angedroht wurde, dass wir, wenn nicht genug Leute kommen, da auf die Bühne müssen und mitspielen müssen. Und wir wollen uns nicht so gerne blamieren. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die haben viel Fachwissen und können da brillieren bei dem Jeopardy. Und danach wird dann heute Abend noch, das finden Sie im Programm, ein gemeinsames Beisammensein in der Netzwerkwelt sein. Da wird es dann hoffentlich richtig voll, wo wir alle über das Gelände laufen und in verschiedenen Räumen treffen und miteinander quatschen, austauschen. Jeder macht sein persönliches Bier oder sein Wein auf. Und dann gibt es da heute Abend das Socializing, das Warm-up am ersten Abend der Konferenz, was ja dann dieses Jahr leider auch nicht live stattfinden kann oder nicht vor Ort. Okay. Das waren so die ersten Worte. Ein bisschen Organisatorisches zur Konferenz. Wir haben jetzt in diesem Blog, der ja als Einzelblog stattfindet, das heißt, auf den anderen Bühnen ist derzeit nichts los, bis der nächste Blog beginnt. Nur hier die Vorträge. Wir haben jetzt zwei Keynotes, die als nächstes kommen. Die erste Keynote ist Geodata on Steroids, Open Government, Geodata and Open Source Software von David Osch. David Osch ist Projektmanager bei Swiss Topo. Danach folgt, ich kündige das schon mal kurz an, Stefan Keller von der Hochschule in Rapperswil mit der Keynote Open Whatever im Trend und im Clinch. Die beiden stehen jetzt wahrscheinlich live und in Farbe und in 3D im Foyer der Hochschule in Rapperswil, habe ich zumindest gehört, und werden jetzt diese beiden Keynote-Vorträge nacheinander halten. Und dann würde ich jetzt mal direkt in das Foyer übergeben und bitte die Regie dorthin umzuschalten. Und danach sehen wir uns dann hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.